Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer Runde Skywars auf meinem Kanal und ich freue mich jetzt schon wieder über dieses wundervolle Equip, denn ich brauche ja auf dieser Map Sonic so unbedingt eine Dia-Axt, weil hier so viel Holz ist, was ich abbauen muss. Alter, freue ich mich, Alter. Könnt ihr in meinem Gesicht die Freude ablesen? Ne, könnt ihr nicht, weil ich ohne Facecam aufnehme. Oh, shit. Scherz. Der war richtig scheiße, kann das? Naja, egal. Ähm, wir haben eine Enderperle. Ich will jetzt nicht so richtig scheiß Hurensohn-Like in die Mitte werfen, aber ich mach's jetzt einfach. Ich bin halt so. Und Gub-Wips, 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 gub-Wips. Ah, so macht man das, Leute. Mhmmm. Der loodet schön da unten seine Chests. Und ich kann jetzt hier die ganzen Sachen oben erledigen. So. Ja. Erstmal nochmals und diesmal vernünftig herzlich willkommen zu diesem Video und endlich mal Skywars, was ich schon etwas häufiger gewünscht wurde. Und ich höre ihn gerade, wie er sich hochbaut. Aber ich baue mich auch hoch. Ich brauche eine bessere Brustplatte, Alter. Also, ob hier keine bessere Brust drin liegt. Danke für die Heilung. Oh mein Gott. Kann es sein, dass das gerade ein richtiger Lappen war? Ich glaube, ja. Hä? Wie kann man gegen... Ja, der hat so richtig Loping, Alter. Äh, Hyping. Oder hab ich... Oder hab ich so einen guten... Ja, geht eigentlich. Also, eigentlich habe ich einen besseren, von daher... Das kann jetzt auch mal weg. Die fünf können auch weg. Ähm... Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich baue noch die ganzen Dias ab. Und dann... Mache ich mir noch schöne Sachen. Am Zaubertisch... Gut. Müsste eigentlich alles gelootet sein. Hier sind noch die Diablöcke. Die kann ich mir noch holen. Diese Mitte ist auf Sonic einfach, glaube ich, ein bisschen zu OP. Das haben die, glaube ich, zu... Äh... Ja, die haben die, glaube ich, wirklich viel zu gut gemacht. Ach naja, egal. So. Einmal auf Level 6, bitte. Und nochmal auf Level... Ach. Und nochmal auf Level 6. Am Backing. Sharpness. Sharpness, so. Amboss. Danke. Dann noch diese Brustplatte verzaubern. Protection... Protection 1. Ist super. Ja, dann kann ich mir auch noch den Helm verzaubern. Komm, Leute. Jetzt machen wir voll hier. So. Protection 1. Bitteschön. Die Picke. Juppt mich halt nicht. Ich verzaube einfach irgendeinen Scheiß noch hier. Ein Gapel könnte ich mir nur noch unten legen. Und jetzt gehen wir mal langsam wieder drauf. Ich zocke hier übrigens gerade mit dem ganz normalen Faithful Pack. Ich finde es eigentlich relativ nice, nur die Flammen in der Fresse jucken mich, weil die extremst hoch sind. Also wenn ich jetzt brennen würde, dann würde ich den Gegner irgendwann nicht mehr sehen, weil die so tief in deiner Fresse stehen. Hi. Jetzt leben auch nur drei Spieler. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Ach, das ist so eine Scheiße. Ich heal jetzt einfach mal nicht, auch wenn ich das normalerweise mache. Aber, naja. Ich weiß, dass er sich jetzt gleich eine Angel machen wird. Aber ich habe TNT und damit rechnet er wahrscheinlich... Ich dachte, das wäre jetzt eine EP gewesen. Aber war, glaube ich, doch nur ein Bug im MC. Ich glaube, er hat es doch gecheckt. Sooo... 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 Was wird das, fragt der schon. Der denkt sich auch nur so. What a fucking... Ich will halt alle meine TNTs loswerden. Sorry, Bro. Was haben wir noch mit runter? Geppel hab ich da. So. Ich weiß nicht, ob er weiß, dass ich ein Knockback-Schwert hab. Fuck. Wie kam er über mich? Ach, das ist ein zweiter. Ah! Hab ich mich erschrocken, ey. GG. Fuck war das abgestoppt. Aber ich... Junge, ich hab mich richtig hart erschrocken, ey. Ich hab so alles losgelassen und denk mir noch so. Wow, what the fuck was das? What the fuck, Alter. Okay. Ich hoffe, diese kleine Runde Skywars hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschö. Mit Öl. Uuuuuh.